hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde anno 22 05 wie versprochen heute werden wir mal eine runde mit dem boot fahren und zwar können wir in den sektoren wählen die mäßigt und arktis wie immer hier oben dieser militärische kram ist nicht ganz so meins möchtest du das übernehmen die klar bindest belohnung nein wir wollen grafena ja militärische überwachung satelliten konzentrieren sich gerade auf das gebiet kein problem standard und abfahrt über hier ein bisschen grafen und dann ist gut der einsamkeit und sie sieht ziemlich gut bewacht aus naja aber damit kommst du hoffentlich zurecht ich denke schon wenn ich rufe an zu einem server zugangspunkt oder etwas ähnlichem damit ich mich in ihre datenbank hecken kann ja vielleicht müssen wir mehrere finden aber einfach alle wir haben einen besucher hallo am stationen auf allen schiffen zeigt ihnen was für gute gastgeber wir sind oh ja ich dem wasser bitte ja wir müssen wir erst mal eine insel irgendwo finden wo wir hier schon raus suchen können mit dem berg hier der berg hier sind die berge höher ja das ist immer so geht das so was hier los bei euch freunde hallo kann man hier gucken hier kann man ja nicht gucken naja wo es nicht haupt ziel das ding was das denn okay hier ist der haupt server bunker raum oder war doch immer das hier darstellen soll ja kriegen wir auch kaputt oder ich denke so dann wenn wir uns noch mal hier schnell einen schönen hohen punkt suchen zum raussuchen das sieht gut aus so mission haben wir hier ich frage nicht gern mein freund aber sie sind die einzige person der ich zutraue hunter zerstören du bist zur richtigen zeit am richtigen drei rettungsboote einsammeln und was willst du hier ich fordere dass sie keine gnade zeigen mal die mp impuls ok stehen unsere kohle da unten so dann geht los wird sagen ha 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 erstmal sachen einsammeln komm mal her so sieht so läuft ja schon mal wie die alle kaputt gehen das ist doch schön oder wenn alles funktioniert hier können wir machen dann sind wir hier in unserer eigenen bucht die wir uns jetzt freischießen schon mal durch kommt nämlich jetzt geil die reparatur drohnen gestartet so da jetzt immer wieder reine klasse machen wir mal so die an die schichte gehen zu mp koordinaten bestätigt sammeln wir hier kräftig ein da machen wir eine natur läuft hier zerschießen war die ollen dinger sammeln hier auch alles ein können wir was kaputt machen schade leider nein so die bauer aber auf jeden fall stationen koordinaten bestätigt und ordnung ins chaos zu bringen ihre war sicher stark genug das war einfach unterwegs die macht und ihnen auftrag schon mal erledigt kampf stationen so hier mal ein rettungsboot container beladen bestätigt wenn man reparieren wird zugleich genau so hier unten kommen noch mehr platzen förmlich von alleine man muss ja auch noch machen kraft voraus schattel kommt planlässig an so alle repariert läuft dann sammeln wir hier mal alles schon ein halt hier sind noch petrochemikalien wir wollen natürlich alles mitnehmen ist noch so jetzt werden uns aber bald ein paar schiffe tropäern hier ist ja der hammer operaturdrohnen gestartet okay ist krass ich werde mal empse mal klüssen das hast du gut gemacht ich weiß wie sind wir schon da nie wir brauchen kraftstoff werden schnell dann sind die boote alle schrott und hier runter präparieren präparaturdrohnen gestartet okay und wieder drauf da so kann man den kaputt machen ne wir müssen das natürlich infiltrieren so dann sammeln wir immer fleißig ein machen hier wieder eine systeme online so okay ich muss mal wieder rauszuholen dass wir weiter weg kommen über diesen berg ehre okay koordinaten bestätigt die operaturdrohnen gestartet sie haben gesiegt ne das war schon welchen unterschied gute infos ausmachen aber ich war doch noch nicht fertig du hast die logischen schritte getan du hast die logischen schritte getan das ist ja immer nischt dann nehmen wir hier oben nochmal hin umgehen könntest du das vielleicht für mich erledigen ja ja na klar aber wir kriegen ja leider kein graphen oder vielleicht ja doch aus den nebendingern wir hätten natürlich alles erschießen müssen ach schwierig na gut hier siehst du den schlamassel die transmitter erzeugen überall interferenzen und sie werden auch noch von schlachtschiffen bewacht ich würde mir gern von dr eigenbrödler erklären lassen wie wir damit fertig werden sollen ein glück das du uns nicht hängen lässt nein ich helfe euch vor langer zeit haben die leute geglaubt dass der mond für das wetter verantwortlich ist wir werden beweisen dass das stimmt ach weil ihr schlauer seid ja so äh nee erstmal die nebenmission wenn es so weiter geht werden die auswirkungen verheerend sein kinetische schilde dreimal haben wir ja nicht benutzt ne ich kann nicht gut mit waffen umgehen wie waren sie zwei raketensperrfeuer ja also ich fürchte wertvolle erze an land sieben wollen wir gleich machen eins zwei na sind ja nur noch fünf drei vier fünf sechs werden die mir zeigt wo ne leider nicht natürlich schön irgendwo mal raus zu so ein bisschen ja da gut gemacht jetzt können die transporte das gebiet wieder ungestört durchqueren das war leicht so jetzt werden wir aber alles kaputt machen grünes licht sind unterwegs grafen grünes licht reparaturdrohnen gestartet reparieren zerschießen ziel bestätigt waffen systeme bereit gut 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 okay wir müssen mal ein bisschen aufräumen erstmal eine richtung finden und ich möchte ja wieder rauszoomen etwas reicht mir noch nicht reicht mir immer noch nicht das ist besser so wo sind unsere boote da ok jetzt schon wieder los wir sollten reparieren reparaturdrohnen gestartet sehr schön sehr sehr schön sie machte das kaputt kaputt dass nämlich kaffee in drinnen wird deswegen weil ich hier sind hier steht auch noch darum was wir verschieben dürfen so wenn der petrochemikalien aber ist mir egal hier eiert noch ein bisschen iridium rum klar lässt sich an reparatursysteme online kaffee sehr schön hier hinten liegt auch noch was rum wir nehmen alles mit so und ist geklärt oder wir können hier noch langsam petrochemikalien ok sperrfeuer haben wir hier sollen wir abliefern sperrfeuer wer kriegt das sperrfeuer kriegt er da hinten ok dann werden wir uns mal vorkämpfen volle kraft voraus er kommt her ihr feiglinge ok dann nehmen wir mal hier oben lang wir werden angegriffen koordinaten bestätigt so hier ist auch noch was wer das zerstört das war ich nicht oder doch bestätigt wenn ja ist nicht schlimm hat sich gelohnt war graphene dabei okay wir werden geschossen so andere schiffe macht ja nischt waffensysteme bereit wir können ja auch mal energie auf schilde umgeleitet wer ich war denn das eine wellenmine so wartet waffensysteme bereit reparaturdrohnen gestartet so wir sind jetzt schon bald hier oben oder wegrichtet ja dann fahren wir mal hier rücken und geben erstmal ab so kommen wir liefern dann feind entdeckt kisten lösen danke dass du die klimastabilisatoren für uns zurückerobert hast wir wissen das sehr zu schätzen na klar so hier liegen petrochemikalien rum und hier auch du wolltest haben kinetische schilde ach haben wir jetzt energieschilde machen wir einfach nochmal jetzt hätten wir die kraftstoffe mal einladen und dann machen wir das einfach nochmal hochgefahren jetzt haben wir den auftrag auch schon abschlossen siehst du das war ziemlich einfach ok jetzt fahren wir natürlich bitte an der seite hoch weil ich gar nicht wollte weil ich wollte hier hinten eigentlich lang natürlich auch freuen in der hoffen dass die frau fein drin ist negativ nur petrochemikalien ist egal wir werden angegriffen die machen wir alle kaputt deshalb kann ich was nicht kümmere mich um die reparatur Wattensysteme bereit bereit für einsatz wir haben echt bei der anderen runde ist viel 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 zu wenig mitgenommen ey der ärgert mich richtig hier hier auch noch welche hallo wir sind unterwegs das grafen alles klar petrochemikalien haben wir dann sind wir hier auf der ecke schon mal durch oder hier liegen nur sachen rum wir sind aber maximal aufgerüstet dann fahren wir hier oben weiter dann räumen wir hier erstmal ein bisschen weiter auf so wir schleichen uns von oben ran selbstreperatur selbstreperatur läuft im gange super so wir können ja immer hier paar kollegen starten lassen die hier fleißig aufräumen so siehst du brauchst du nichts machen die klären die sache schon für uns ok hier haben wir die nächsten auf wiedersehen ok hoppala instandsetzung läuft sind unterwegs so hier oben haben wir natürlich noch so paar sachen die uns tolle dinge spendieren die ich gerne mitnehmen möchte hier oben ist noch mehr weiter die tat gerade ein schnur in die hauen hier aber wir haben alles weg geht relativ schnell ne hier sind noch so eine mine kaffee kaffee ehre die chemikalien so dann hier noch so hier ist ein bisschen kraftstoff hier sind wir ein das ist eine mauer gibt es da was für die mauer nicht glaube ich nicht ne ähm okay dann kommt mal hier runter dann haben wir hier noch drei kollegen schön kaffee perfekt alles mitnehmen so hört sich das hallo verstanden verstanden so wir fahren hier unten runter hier ist nämlich noch was zu tun hier sind noch ein paar minen so können wir mal reparieren und action selber zerschießen macht ja doch spaß irgendwie ne im gange im gange so wir können ja mal so machen und so machen krass wir schießen doch alles weg ne naja gut haben sie nicht überlebt aber die haben uns ja nichts gekostet so die mauer muss weg hier steht oh gott hier sind noch mehr hier sind Boote Hallo hier 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 ist was kaputt hier ist so dann machen wir mal hier weiter wir sind nämlich eigentlich schon am Ende bald oder hier viel könnte ja nicht mehr sein viel könnte ja nicht mehr sein und liegt noch und die da noch wir können ja mal ein bisschen Hilfe holen oder hier hier reparieren wir nochmal schnell dann hauen wir nochmal kurz ab oder hier oben alles weg hier sind wir ohne was so siehste bisschen graphene hier nicht ohne graphene hier dürfte auch alle gehen noch mehr graphene noch mehr graphene ja ist das schienen so reparieren bisschen pensil mitnehmen wird hier rumliegt volle kraft voraus und dann sind wir eigentlich soweit dass wir angreifen können hier hinten noch was nö nicht was wir brauchen könnten wir machen wir hier noch die drei station kaputt hier liegt graphene rum hier sind noch Minen bereit für einsatz gegnerische schiffe sich hier gar nicht mehr die werfe gewaltig zerstören ich habe nochmal ordentlich einen haufen graphene ich glaube die map ist sauber oder wir können hier natürlich noch die Minen zerstören aber eigentlich ist noch ein bisschen magnetät ich denke mal der Rest ist sauber oder dann können wir ja hier beenden dann haben wir alles eingesammelt was wir haben können brauchen tun sollen müssen und action dann ist das ja gut dass wir mehr als ein gebäude haben was das ist ja gut dass ich mehr als ein schiff habe was das wir mehr als ein gebäude haben was hatten mein freund hatten tada so geht das genau so habe ich mir das vorgestellt ja ja gib mir graphene kollege mehr ja ok 100 damit kann ich leben ok freunde das war heute so ein nööööööööw wir hätten hier unten nochmal ähm nööö machen wir vielleicht ein andermal ein paar bisschen graphene könnten wir natürlich noch hier brauchen ist klar aber äh heute haben wir ein paar Erfechte gemacht ich würde sagen beim nächsten Mal schauen wir das wir in der Tundra weiterkommen hier oben vielleicht nochmal und dann sehen wir uns wieder. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht es gut. Ringehauen.